Wir starten mit einem der einfachsten Kommunikationskanäle und das ist UART, also die serielle Kommunikation von einem Mikrocontroller zu einem anderen Mikrocontroller. Das ist einmal unser Test-Szenario und in einem Praxisbeispiel werden wir dann mit dem Arti Daini ein anderes Modul, wie zum Beispiel das Bluetooth-Modul, dann mittels UART auch auslesen. Aber jetzt einmal zum Kennenlernen, wenn wir uns jetzt zwei Szenarien anschauen, einmal, dass wir Inhalte mit dem Arti Daini an einen anderen Mikrocontroller versenden und dann sendet der UNO und wir empfangen das dann mit dem Arti Daini. Das macht immer dann Sinn, weil der Arti Daini ja vielleicht einen kleinen anderen Prozess überwacht, steuert und dann hört quasi auf ein Master-Unit, was da jetzt passieren soll, eine Ausweitung fahren soll, Dinge übermitteln soll. Deshalb ist die Kommunikation mit UART auf jeden Fall immer noch gegeben. Und in diesem Hintergrund müssen wir uns jetzt einmal zuerst vorher einmal überlegen, wie ist denn das Logic-Level. Und Logic-Level heißt, dass wir hier 5 Volt am Pin haben, wenn wir da quasi auf die GPIOs sind. Und beim Arti Daini ist es so, da werfen wir jetzt einmal einen Blick in das Datasheet und da gibt es, glaube ich, ein Maximum Ratings, 35.2, genau. Ja, Absolute Maximum Ratings, Power Supply, kann also maximal 6 Volt sein und wir haben da V-Pin, Pin Voltage with respect to ground, also Pin to Ground, kann plus minus 0,5 Volt von VDD sein. Das heißt, wenn wir da 5 Volt haben, können wir auch auf den GPIOs dann 5 Volt legen. Das ist bei vielen anderen, kleineren Varianten nicht der Fall. Auch der ESP32 kann nur 3,3 Volt auf den GPIOs. Die Spannungsversorgung kann beim ESP32 schon 5 Volt sein, aber GPIO-Logic-Level ist dann eben anders. Deshalb wichtig, wenn ihr das jetzt wieder powert, mit eurem FTDI-Adapter dann auf 5 Volt stellen, damit wir hier auf jeden Fall dann die gleiche Referenzwert haben. Denn der UNO in meinem Fall hat eben auch 5 Volt dann hier auf UART. Dann werfen wir jetzt einmal einen nächsten Blick in die Verdrahtung und dazu habe ich jetzt einmal bewusst zwei verschiedene Arduino UNO bzw. IDE-Versionen. Die linke Version ist jetzt für den UNO und die rechte für den AT-Tiny. Das Beispiel soll jetzt so aufgebaut werden, dass der AT-Tiny der TX ist, also der Transmitter, sendet und der UNO soll hier jetzt empfangen. Deshalb gibt es jetzt hier auch nur eine Leitung, weil ich nicht bidirektional kommuniziere, sondern nur auf einem Weg, um das Ganze einfacher zu halten. Das, was man da hier sieht. Das heißt, beim Arduino UNO kommt im Grunde jetzt, schauen wir uns vorher mal den Code an, ich verwende Software Serial, damit wir das auch einmal abdecken und ich sage, ich möchte jetzt den Pin 2 und 3 haben. Geht auch 7 und 8, was auch immer, oder auch die Hardware-Pins kann man dann auch verwenden, dann können wir uns das sparen, aber ich wollte einmal Software Serial verwenden. 2 und 3, das heißt, ich bin jetzt hier beim Empfänger und mein 2er-Pin ist jetzt der wichtige, das ist der RX- und der 3er-Pin ist jetzt derweil noch frei. Das sehen wir da. Ich habe jetzt da nur auf den 2er-Pin angeschlossen. Und der 2er-Pin vom UNO geht jetzt auf den TX-Pin von dem ATT-Tiny und der TX-Pin ist dann der untere, der 5er-Pin. Und das ist bei mir jetzt da herausgeführt auf die Platine. Deshalb habe ich mir dann extra einen UART-Pin hier hergelegt mit RX-TX, V2C und Ground, deshalb kann ich das da gleich benutzen. Und ganz wichtig ist, dass beide Mikro-Controller dasselbe Potenzial für Ground haben, ansonsten funktioniert der ganze Spaß nicht. Ich habe jetzt da beide Codes schon raufgeladen und ich tue mich einfacher, dass jetzt nur der UNO mit dem PC verbunden ist und der ATT-Tiny ist jetzt bei mir extern mit einem anderen Netzteil versorgt. Aus dem Grund, dass ich da nicht mit den Podes durcheinander komme, dass ich die Serial-Communication da mit der IDE nicht durch die Quere und selber da durchinterferiere. So, dann schauen wir mal. Das wäre jetzt einmal so der prinzipielle Aufbau. Wir wechseln rüber, dann wechseln wir da wieder die IDS, holen wir uns her. Und jetzt mache ich für den UNO, der ist jetzt am PC angeschlossen, hier mal auf und wir sehen jetzt da die Ausgabe. Löschen wir das einmal, sollte jetzt da jede Sekunde daherkommen. Denn der Code schaut jetzt wie folgt aus, schauen wir uns das nochmal im Detail an, sehr simpel aufgebaut. Für den UNO starten wir einmal MySerial-Begin, das ist also quasi die Software-Serial und den Serial-Begin ganz generell, dass wir dann auch was ausgeben können. Das heißt, das sind zwei verschiedene Serials. Und dann schauen wir, wenn unser Software-Serial hier available ist, dann möchte ich mir gerne das einlesen, bis ein Umbruch kommt und lasse mir den ganzen ausgeben. That's it, mehr brauchen wir nicht. Das wird also ständig gecheckt im Hintergrund und beim Arti Tiny starten wir den Serial-Begin wie gewöhnlich und geben einfach bei Serial-Print das Ganze aus. Warum wir da den Umweg eben über den Software-Serial machen, ist, dass wir die Ausgabe und den Empfang der Daten da getrennt haben mit diesen beiden Serials. Das macht dann mehr Sinn. Beide haben die Baudate gleich, ist auch noch wichtig. Und dementsprechend ist das da hier sehr einfach, als wie wenn wir das da bei uns auch ausgeben würden mit dem TX-Bin vom FTDI-Adapter. So, da hängt halt jetzt die IREX dran, da drauf. Ja, und somit haben wir jetzt da eine ganz einfache Ausgabe. Das heißt, hier könnten wir uns dann zum Beispiel mit dem UNO Temperaturwerte auswerten lassen, sonstige Inhalte, was halt da der Arti Tiny macht, Server-Positionen, wie auch immer.